Fuel cell Die Brennstoffzelle, N Electrolyte, electrolysis, electrolytic Der Elektrolyt, N, die Elektrolyse, electrolytisch Elektrode Die Elektrode, N Electrical charge Die elektrische Ladung, N Electrical current Der Strom Circuit Der Stromkreis, E To conduct a lead, for example an expedition, a team of researchers Leiten Conduction, Pipe, Leadership Die Leitung, E Hydrogen Der Wasserstoff Oxygen Der Sauerstoff Carbon dioxide Das Kohlendioxid Pollutant harmful substance Der Schadstoff, E Emissions Die Emissionen Gas station Die Tankstelle, N Fuel Der Treibstoff, E-Flugzeuge, Schiffe, Raketen, Brennstoffzellen, Treibstoff, Kraftfahrzeuge, Kraftstoff Natural Gas Das Erdgas, E Degree, for example for angles, ranks and temperatures, not for for example college degree Der Grad Der Grad How far a vehicle can travel before refueling, also used for weapons and missiles, goals can be in Ause-Rack-Wide Die Reichweite Storage area Memory Der Speicher To store, for example data, energy, water, CO2, not for storing one's belongings Speichern To split Spaltenwerkwerb, would it more common past part, the key player is actually gespalten, not gespaltet To split up, not for band splitting up Aufspaltenwerkwerb, would it more common past part, the key player is actually gespalten, not gespaltet Layer Die Schicht, E Powered Entity Die Leistungsdichte Surroundings Die Umgebung Renewable Energy Energies Erneuerbare Energie, Energien, Pluralismus, Reikommun Renewable Energy Sources Erneuerbare Energiequellen Renewable, because it will grow back Nachwachsend Raw Material Der Rohstoff, E Renewable Resources Nachwachsende Rohstoffe Principle Das Prinzip, E In principle Grundsätzlich Principle Der Grundsatz, E All together, in total Insgesamt Structure Structure Design Der Aufbau Component, as in, one of the pieces I get put together to make a piece of machinery Das Bauteil, E Unit Die Einheit, E Connector Connection Port Der Anschluss, E By means of Mittels Characteristic Distinguishing Characteristic Das Merkmal, E Das Merkmal, E Limited Eingeschränkt Available in existence Vorhanden Detour Detour Long way round Der Umweg, E Discovery Discovery Die Entdeckung, E En To discover Entdecken To be based on, to rest on Beruhen auf Reversal, to reverse, turn around Die Umkehrung, E En Umkehren And vice versa Und umgekehrt To produce Herstellen Task Die Aufgabe, En That is D-H ist gleich Das heißt To take place Stattfinden, fand statt, hat stattgefunden Synonym for L, emphatic, all Sämtliche Mainly, principally Hauptsächlich The main thing Die Hauptsache More formal synonym for benutzen Verwenden To win, to obtain Gewinnen, gewann, hat gewonnen Markedly, clearly Deutlich So alle use it Gebt Komparatives Deutlich besser, deutlich schlechter Etc. Also Deutlich sprechen, etwas deutlich erklären Deutliche Fortschritte Deutliche Fehler, deutliche Probleme Substantially Wesentlich So alle use it Gebt Komparatives Wesentlich besser, wesentlich schlechter Etc. Operation Business Factory Der Betrieb, E Operating temperature Die Betriebstemperatur, E Sein To be suitable for Sich eignen für Necessary, required Erforderlich Synonym for a moment J E T Z T Zur Zeit In the short slash long slash medium term Kurzfristig, langfristig, mittelfristig To equip To equip Ausrüsten Equipment Die Ausrüstung, E To correspond to Entsprechen, er sie es entspricht, entsprach, hat entsprochen Correspondingly Entsprechen